Manchester City's Linksverteidiger Benjamin Mondi hat auf die leichte Kritik seines Trainers Pep Guardiola reagiert. Der Coach hatte den Franzosen aufgefordert, die Aktivitäten bei Social Media etwas einzuschränken. Mondi antwortete, mit einem Tweet. Er lebe die Premier League live und auf Abruf auf der ZN. Jetzt Gratis-Monat sichern. Guardiola hatte erklärt, Mondi ist Mondi. Manchmal möchte man ihn umbringen, und manchmal denkt man, wow, was haben wir da für einen Spieler. Er gibt uns Energie. Mondi muss viele Dinge verbessern, und hoffentlich können wir ihn überzeugen, ein bisschen die sozialen Netzwerke zu vergessen und sich auf ein paar andere Sachen zu fokussieren. Manchester City, Benjamin Mondi glänzte gegen den FC Arsenal. Mandy, der häufig mit unterhaltsamen Tweets für Aufsehen sorgt, retweetete den Beitrag mit dem Interview Guardiolas von City's offiziellem Account und gelobte darin dann Bravbesserung. Bei dem Auftakt-Sieg der Citizens in der Premier League gegen den FC Arsenal, 2 zu 0, gehörte der Franzose zu den besten Akteuren auf dem Platz, bereitet unter anderem beide Treffer vor. E will I promise, Benjamin Mondi et Ben Mandy, 2 3, 12. August 20.182.017, war der Weltmeister vom damaligen französischen Meister As Monaco zu den Sky Blues gewechselt, zog sich aber bereits nach sechs Spielen einen Kreuzbandriss zu unviel für den Rest der Saison aus. Lediglich zum Ende der Rückrunde kam Mondi zu ein paar Kurzeinsätzen, mehr zu Manchester City. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR